So dann, die Teilnehmer sind im Zuhörermodus, das freut mich und insofern möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen zu unserem ersten Workshop hier im Monat März, der fünfte ist es schon und ihr wisst um die Tatsache der Anmeldung, worum es sich heute dreht. Wir sind wieder mit unserem Leben. Christoph aus den USA in Verbindung, das digitale Zeitalter macht es möglich und insofern freue ich mich sehr, dass er uns wieder mit seiner Kompetenz mit Rat und Tat zur Seite steht und heute, ihr wisst es, lasst mich kurz den Screen hier mal reinziehen, Webinar Action klarerweise heute, aber eben Thema Rainbow Trading Deluxe Version. Riesenthema, bin sehr gespannt was Christoph da mitgebracht hat, klarerweise, ihr wisst das, ich bin auch im Rainbow Trading groß geworden, bin sehr gespannt was sich hier in der Weiterentwicklung getan hat und ich sage das auch schon häufiger in der Vergangenheit, wir planen ja hier und da das einige oder das hier und da das eine Revival, vielmehr hier zum Rainbow Trading und unter Umständen kann uns Christoph hier auch mit seinem Deluxe EA, mit seiner Deluxe Version hier unterstützen, weil Rainbow Trading wie gesagt ja ein sehr, sehr spannendes Thema ist und auch sehr interessant im Rahmen der Trendfolgeansätze und das Ganze hier noch untermauert mit einem Expert Advisor, mit einem Handelsreporter natürlich eine ganz, ganz feine Geschichte. Insofern hier heute willkommen an diesem Fortsetzungswebinar. Wie gesagt, im letzten Jahr hatten wir ja sozusagen den Einstieg gemacht in der Programmierung und ich will gar nicht so viel der Zeit verlieren. Christoph suche ich jetzt gerade mal im Teilnehmerkreis raus. Ich hoffe, an der Stelle ich bin zu hören und zu sehen, das habe ich jetzt direkt im Intro übersprungen. Sehe aber den lieben Joel, den Alex am Start, der auch direkt hier interagiert und auch der Raum fühlt sich weiter satt und satter. Christoph gibt auch sein Feedback super. Dann würde ich mal doch direkt sagen, lieber Christoph, Moment, jetzt rutscht das nämlich witzigerweise weiter nach unten durch, wenn die Teilnehmer reinkommen. Jetzt habe ich dich wieder nicht erwischt. Herrgott. Spannend. Christoph, jetzt dürftest du dein Mic freischalten können. Witzigerweise sind hier noch die Leute jetzt so reingedröselt, dass am Ende des Tages ich die Freischaltung nicht geben konnte. Erstmal vom Mic. Insofern will ich mal hoffen, dass das jetzt so ein Stück weit funktioniert. Und dann bin ich auch gleich mit meinem Intro fertig und freue mich um die nächsten Minuten, die nächste gute Stunde, in der du uns hier mit dem Content versorgen wirst. Jetzt ist das, Maik, frei. Ich werde dich auch gleich zum Moderator machen. Grüße nach Übersee, Christoph. Ja, hallo, Christian. Grüße zurück nach Deutschland. Die gute alte Heimat. Ja, in die gute alte Heimat, wo du jetzt erst mal vorerst wahrscheinlich nicht so wild einreist. Aber ich freue mich auf die Zeiten, die dann auch früher oder später kommen werden, wenn wir uns wieder live treffen können im Raum Stuttgart. Schön, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass alle Teilnehmer am Start sind. Intro läuft gerade. Lieber Christoph, du kennst es. Ich gebe dir den Bildschirm dann gleich rüber. Will hier nur noch mal den Riss-Disclaimer ein bisschen darbieten. Klarerweise handelt jeder auf eigenes Risiko. Und wenn der liebe Christoph hier Vollgas gibt in Sachen Trading, wo gleiche hier häufig auch dann natürlich gerade zu Testzweigen natürlich ein Demokonto hier herangezogen wird, ist es natürlich nie so, dass man hier zum Handeln animiert wird, sondern jeder seinen eigenen Parameter anwenden muss und das Risiko natürlich vollständig trägt. Lieber Christoph, wir können gleich zu dir rübergeben. Ich bin wirklich brennend gespannt, denn ich habe mir vor, das ist auch schon gute zehn Jahre her, tatsächlich auch einen eigenen Rainbow ER programmieren lassen. Der war auch recht kostspielig. Und auch im Zuge unserer letzten Webinarserie zum Rainbow kam ich ja schon auf die Idee, dass wir hier irgendwie wieder Synergien mal aufleben lassen müssen. Und vielleicht können wir hier einen guten Mix machen, beziehungsweise mit deiner heutigen Deluxe-Variante hast du vielleicht sogar das, was ich damals auch schon in Ansätzen programmiert hatte oder programmiert haben lassen, hier sozusagen zu Ende geführt. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Dinge, die da kommen werden. Und liebe Leute, wie gesagt, bei uns bei JFD könnt ihr ein Demokonto unbegrenzt nutzen, könnt testen noch und nöcher, könnt hier verschiedene Tools und Features interagieren. Und insofern ist das natürlich etwas, wo ich sage, probiert euch aus, nehmt da unseren Workshops teil und lernt dazu. Christoph, bist du ready? Kann ich dir den Bildschirm rübergeben? Ja, schieß los. Super. Jetzt sind wir auch heute gar nicht so lange mit dem Intro unterwegs. Ich kann mich da noch an Zeiten erinnern, das weißt du, Christoph, wo wir hier so kurz vor den Non-Farm-Payrolls, die ja heute stattfanden, gerade so den Algo da anschalten konnten. Aber wie gesagt, heute lassen wir uns dadurch gar nicht beeinflussen. Und insofern schiebe ich den Bildschirm rüber. Aber ich sehe ihn an der Stelle, sehe hier meine wunderbaren, multiplen, kleidenden Durchschnitte, Christoph. Und dann würde ich sagen, wenn Fragen kommen, ich könnte sie dir auch anzeigen lassen, wenn du es möchtest, Christoph. Ansonsten würde ich die sammeln und zwischendurch reingrätschen. Wie hättest du es gern? Ich denke, sammeln und reingrätschen oder zum Schluss zusammenfassen, nochmal das Wichtigste. Machen wir es so. Dann kann ich mich voll auf die Präsentation fokussieren. Absolut. Das ist aber in der Tat unterschiedlich. Deswegen seht es das nach, liebe Teilnehmer, dass ich häufig das nachfrage, weil je nach Thema oder eben auch nach Speaker sozusagen das unterschiedlich sein kann und auch klarerweise ist. Insofern geht es los. Action Jackson. Ich freue mich auf die nächsten guten 60 Minuten. Christoph, this stage is yours. Dankeschön, Christian, für die tolle Einführung. Hallo und herzlich willkommen von mir zum heutigen Webinar, in dem es, wie ihr schon wisst, um das automatisierte Rainbow Trading geht. Was ist Rainbow Trading? Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wie läuft unser Basis-EA, den wir Mitte Januar schon eingeführt hatten, der Grundfunktionen im Rainbow Trading hat? Wie läuft er bisher im Echtgeldbetrieb? Und welche Neuerungen gibt es denn bei der nagelneuen Deluxe-Variante jetzt des EAs? Ganz, diese drei Themenblöcke, diese drei Fragen möchte ich in den nächsten, sagen wir mal, 45 Minuten durchsprechen, um dann die Stunde noch voll zu machen mit vielleicht fünf bis zehn Minuten Question and Answers, Fragen und Antworten, da für euch zur Verfügung zu stehen. Kurz zu mir, für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Christoph Ensslin, habe ein Banking und Capital Market Sales Hintergrund, habe 2010 dann, bin in die Selbstständigkeit gegangen, und habe die Firma MindfulFX in Stuttgart gegründet und in der programmieren wir seit 2012 in einem kleinen, aber feinen Team. Da bieten wir die Programmierung von Expert Advisors, EAs, also die Trading Bots für Metatrader 4 und 5 an und zwar mit Fokus auf Retail Trader und kleinere Trading Firmen sind auch dabei. Jetzt vielleicht ganz kurz, der Christian hat es schon gesagt, ich bin hier in Übersee in den USA, bin aber in Deutschland groß geworden und die Firma MindfulFX, mit der ich am Start bin, ist auch in Stuttgart und quasi das Team ist ein virtuelles Team über Nordschwarzwald zum Niederrhein bis rüber nach Russland und eben nach, hier für mich meinerseits USA, ist, sind wir quasi schön verstreut über alle Herren Länder und vielleicht ganz kurz, bevor wir gleich zum Thema kommen, schreibt ihr doch mal bitte kurz in den Chat von woher ihr euch zuschaltet. Wäre mal ganz interessant zu wissen immer von, ja, was denn so die, die Geografie der Teilnehmer, aus welchem, ja, aus was die besteht. Sehr gut übrigens, Christoph, jetzt lassen wir erst mal kurz 20 Sekunden vergehen. Spannender Punkt, das hatten wir letztes Jahr auch beim André-Titje-Webinar oder zumindest macht er das auch relativ häufig, wo die Zuschauer herkommen. Definitiv klasse zu wissen, ich werde es mal sondieren, ihr seid es auch fleißig am Eingeben. Vielen, vielen Dank dafür, richtig gut im Rahmen des Feedbacks, was hier reinströmt. Also fühlt es euch da auch aufgerufen, liebe Teilnehmer, wenn Christoph eine Frage stellt oder eben jetzt hier im Rahmen dieser Interaktion für mich auch mega mal interessant zu wissen, wo ihr überhaupt herkommt. Und insofern, ich sammle das mal ein Stück weit, Christoph, und werfe es dir dann mal rüber. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir gleich mal zur Sache. Was ist Rainbow Trading? Also für alle, ich will es relativ kurz halten, weil es wahrscheinlich schon ziemlich viele hier unter den Teilnehmern sind, gibt, die das schon kennen, vielleicht vom vorigen Webinar, auch von meinen Präsentationen. Also ganz kurz, vielleicht, ich bin relativ neu im Rainbow Trading. Ich habe letztes Jahr im Herbst das Buch von Lars Gottwig gelesen über das Rainbow Trading und bin dann sofort, war Feuer und Flamme, bin durchgestartet hier. Wir haben dann über zwei Workshops, die wir bisher gemacht haben, auch eine schöne Truppe von Retail-Tradern zusammenbekommen, in dem wir dann eben den EA zusammen programmiert haben. Und jetzt sitze ich hier quasi gegenüber von Christian Kemmerer, der schon seit über einem Jahrzehnt dann hier mit Rainbow Trading am Start ist. Also da erst mal hier meine, ja, will ich, wenn es irgendwelche Fachfragen gibt zum Rainbow Trading, kann ich sicherlich das eine oder andere beantworten. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass der Christian mit im Webinar ist, damit es da, ja, eben auch noch vielleicht tiefergehende Erkenntnisse gibt, die ich jetzt mit einem halben Jahr Erfahrung noch nicht habe. Aber ganz kurz, was ist Rainbow Trading? Also es geht ganz grob darum, eine Schar an Moving Averages, an kleinen Durchschnitten in ein Chart zu zeichnen und die dann farblich unterschiedlich zu markieren. Und ihr seht es, es sieht im Prinzip aus wie ein Regenbogen. Das ist auch, also fürs Auge, das ist psychologisch nachgewiesen, psychologisch, wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Auge und unsere Sinneswahrnehmung sehr, sehr positiv auf Regenbogenfarben, auf die Anordnung der Farben in einem Regenbogenspektrum reagieren. Und deswegen ist es sehr angenehm für uns zu erst mal anzuschauen. Das ist, Ästhetik ist natürlich auch wichtig, auch wenn es im Trading viel um Zahlen geht. Aber eine Darstellung von Zahlen in gewissen Darstellungen ist einfach, ist einfach eine feine Sache. Also es sieht schon mal schön aus. Das ist gar nicht so unwichtig. Und weil auch gerade in der Trading-Psychologie, wenn wir mit positiven Gedanken, positiven Gefühlen ans Trading rangehen, dann haben wir natürlich auch viel bessere Chancen, ja, gute Trades zu machen und unterm Strich, ja, mit im, am Jahresende einen Gewinn zu verzeichnen zu haben oder Monatsende oder wann mal auch immer abrechnen. Und genau, und da hat eben, das kann man natürlich in beide Richtungen machen, aber der schnellste MA, also der, der am schnellsten auf die Kursreaktion, auf den, auf den Kurs, auf die Kursbewegung reagiert, der ist jetzt hier bei mir rot und der langsamste ist blau, der kann auch in schwarz oder in lila oder sowas eingezeichnet werden. Ich habe hier noch zwei andere. Hier sind es mehr. Hier sind es gleich 18 MA's. Die gehen dann quasi bis ins Dunkellila. Und die sind, genau, wenn die eben aufgefächert sind, also aufgefächert heißt, sie sind ihrer, also ihrer Schnelligkeit nach, sind sie in der richtigen Reihenfolge. Ja, also hier sieht man es gerade, hier sind sie durchgewurschtelt, also der Schnellste ist irgendwo in der Mitte, der Langsamste ist oben und so die Mittleren sind, sind so unten, dann bedeutet das hier, dass es nicht aufgefächert ist. Und was bedeutet es grundsätzlich, dass wir nicht in einem klaren Trend sind. Diese Auffächerung heißt schlicht und ergreifend, wir sind in einem klaren Trend. Und das ist natürlich wunderbar, weil dadurch können wir solche Seitwärtsphasen, wie wir es jetzt hier sehen, wie wir es Anfang März hatten, jetzt hier im H1, im Stundenchart, ja, ging es halt mal erstmal, was ist das, 1.2. oder 3. März, ging es erstmal drei Tage nur seitwärts. Und dann handeln wir einfach nicht, wenn es einfach nur seitwärts geht. Zumindest nicht nach den Rainbow Trading Regeln. Ja, also man kann da natürlich sicherlich auch sagen, okay, wir sind im Seitwärtsmarkt und wir machen jetzt irgendwie eine konträre Strategie darauf hinzu, alles kein Thema, aber darum geht es im Rainbow Trading jetzt erstmal nicht. Genau. Und hier fängt dann so eine Auffächerung an, eines, ja, also hier vielleicht, ab dieser Kerze sind wir in einer vollen Auffächerung und dann suchen wir nach Einstiegskerzen. und die sind im Rainbow Trading in der ganz, also in der Ultra-Basis-Version, in ganz grundsätzlichen Situationen, gucken, also wir suchen nach Kerzenformationen, die hochwahrscheinlich deutbar sind. Also vergleichsweise hochwahrscheinlich, ja. Und die, dazu gehört eben zum Beispiel eine Hammerkerze. Also eine Hammerkerze ist die, wie haben wir sie, wie haben wir sie, die Hammerkerze. So, das ist zum Beispiel, also von der Form her, jetzt nicht von der Platzierung, aber von der Form her, ich mache es mal ein bisschen größer, das hier ist eine Hammerkerze. Also ein relativ kleiner, oder hier ist noch eine schönere eigentlich, ein relativ kleiner Kerzenkörper an einem, am extremen Ende der ganzen Kerze. Und warum ist das eine gute Kerze? Warum ist das, also was sagt so eine Kerze aus? Das ist jetzt nicht nur, weil wir es Hammerkerze nennen, ist es der Hammer, sondern da ist ja immer eine Aussage hinter so einer Kerze. Und das bedeutet hier zum Beispiel, wir haben, also die Bullen und Bären kämpfen im Prinzip zu jedem möglichen Zeitpunkt um die Vorherrschaft. Guckt man es hier zum Beispiel mal an, also hier ging es eine Periode nur runter, dann ging es eine Periode nur hoch und hier ging es innerhalb einer Periode, also in einem relativ kurzen Zeitraum, haben die Bären versucht, die Überhand wieder zu erreichen, haben es dann aber nicht geschafft, das zum Kerzenende zu halten. Und das ist natürlich eher ein Zeichen dafür, dass ein Ausbruch nach oben folgen kann, ja, weil eben die Bullen jüngst die Oberhand gewonnen haben und es die Bären nicht geschafft haben, trotz kurzzeitigem Vorteil quasi den Heimsieg zu erlangen. Genau, also damit haben die MHP-Riesen hier in Ludwigsburg, JFD-Country, haben da wohl derzeit keine Probleme mit dem Gewinne heimfahren, aber gut, anderes Thema. Wir sind ja jetzt hier beim Trading. Gut, und das ist zum Beispiel die Hammerkerze, die würde jetzt in einem Aufwärtstrend verwendet werden, als Anzeichen, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Das ist jetzt hier natürlich die falsche Platzierung, zeige ich aber gleich nochmal, ich habe hier noch andere Charts vorbereitet. Das sieht dann im Aufwärtstrend quasi so aus. Wir haben hier eine aufgefächerte Situation. Das ist eine Hammerkerze oder könnte als Hammerkerze ausgelegt werden, je nach Definition, wie lang man hier die Lunte haben will und wie lang maximal der Docht sein darf. Genau, und wie das Gesamtverhältnis von Range zu Körper maximal sein darf, könnte das eben als Hammerkerze gelten und hier aufgefächerte Situation von den Moving Averages, von dem Regenbogen und dann würde man hier am Ende dieser Kerze quasi zum Eröffnungskurs der Folgekerze würde man long einsteigen, im Metatrader ein Buy eröffnen und dann diese Bewegung hier mitnehmen. Hier auch nochmal eine Hammerkerze, die ist zwar kleiner insgesamt, aber noch klarer als Hammerkerze erkennbar, weil sie quasi überhaupt keinen Docht hat und da würde dann quasi die Trendfortsetzung gehandelt werden. Jetzt hier wird es relativ schnell drehen, aber je nachdem, wie man es dann mit Trailing Stop oder wie auch immer eingestellt hat, könnte man hier noch einen Gewinn mitnehmen. So, auf der bärischen Seite sieht das, dann habe ich jetzt noch, bärische Seite habe ich jetzt nicht, das sind jetzt weitere Beispiele. Das ist jetzt ein echtes Beispiel aus einem, ach, das ist jetzt erstmal ein echtes Beispiel aus einem EA-Lauf im Euro-Yen. Hier sehen wir, gab es eine kleine Hammerkerze, die wurde dann zum Eröffnungskurs in den Buy umgesetzt und dann lief jetzt in dieser Einstellung das Ganze in den Take-Profit schon relativ schnell. Hätte man natürlich auch anders einstellen können, um diesen Trend, um diese Trendbewegung noch besser mitnehmen zu können, aber jetzt geht es ja erstmal um das Prinzip zu verstehen. Hier auch nochmal eine Hammerkerze und dann auch nochmal eine schöne Reaktion quasi drauf, Kurs läuft in den Gewinn. Auf der Short-Seite ist es dann eine inverse Hammerkerze, dann ist eben der Kerzenkörper auf der Unterseite der Kerze, also nahe der Lunte, falls es überhaupt eine Lunte gibt in dieser Kerze und dann entsprechend mit langem Docht. Das wäre dann die inverse Hammerkerze. Genau. Auf da hat sich jetzt der Basis-EA, den wir ja schon im Januar vorgestellt hatten, fokussiert und kurz, ich hatte damals eine Einstellung gezeigt im US-30, also im Dow Jones CFD, die im gut dreijährigen Backtest seit 1.1.2018 diese Equity-Kurve hatte, also eine quasi Verdopplung des Kapitals innerhalb von drei Jahren, sah vielversprechend aus, wunderbar. und später im Webinar zeige ich euch auch, wie, also ich habe dann diese Einstellung auch ins Echtgeld-Trading übernommen, in mein Echtgeld-Trading, zeige ich euch nachher, wie das gelaufen ist. Jetzt aber noch kurz zur, ja vielleicht zeige ich das sofort, dann kommen wir zur Erweiterung, kommen wir nachher, das dann, genau, also, wobei, nee, ich zeige es euch jetzt erst mal kurz, hier am, also wie dieses Trading, wie das Rainbow-Trading dann funktioniert, zeige ich euch jetzt hier mal am Lauf des EAs quasi live, also live im Strategie-Tester, weil ich es natürlich in Echtzeit nicht beeinflussen kann, ob es jetzt ein Signal gibt oder nicht, ist klar, aber ich zeige es euch jetzt hier mal im Strategie-Tester, das ist jetzt zwar schon der Rainbow-Trading Deluxe, ähm, genau, ähm, ja, das ist genau, das ist jetzt schon der Rainbow-Trading Deluxe, dann zeige ich euch jetzt quasi schon die neue Signalart, die es da gibt, zusätzlich zur Hammerkerze, kann es nämlich jetzt auch, der, äh, kann der, der, äh, auch ein Deal eröffnet werden, wenn es schon, wenn es ein sogenanntes Engulfing-Formation gibt, auch aus dem Buch von Lars Gottwig, Rainbow-Trading, eine der, ähm, äh, ersten Basis-Varianten, in denen, mit denen man quasi in einen Trend aufspringen könnte, aufspringen sollte, und wir sehen das jetzt hier gleich, es läuft jetzt ein bisschen langsam, ich mache das ein bisschen schneller, so, gibt's, wir sehen jetzt hier, beginnt die Aufwächerung, ja, Aufwächerung nach unten, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt hier schon komplett aufgefächert ist, aber es, genau, aber okay, jetzt, jetzt sehen wir es hier, es hat sich hier gerade schon der Deal ergeben, weil so etwa ab dieser Kerze gab es, die komplette Aufwächerung, ich mache mal mein Fadenkreuz rein, und mache es ein bisschen größer, so, ab, ja, ungefähr ab, vielleicht hat dieser Kerze hier, war die, war der Regenbogen komplett aufgefächert, also alles in richtiger Reihenfolge, und dann haben wir hier eine sogenannte Engulfing-Situation, Engulfing ist quasi, ist das englische Begriff für eine Umklammerung, eine Umarmung, ähm, ja, so, Umarmung vielleicht falsch übersetzt, aber so, ja, Umklammerung, Umarmung, Umfassung, und, ähm, das sieht kerzenmäßig eben so aus, jetzt hier auf, es besteht aus zwei Kerzen, so eine Engulfing-Formation, wir haben Kerze A und Kerze B, die erste Kerze, Kerze A, muss jetzt fürs Short-Signal, eine Aufwärtskerze sein, die Kerze B muss eine Abwärtskerze sein, und die Abwärtskerze, die Kerze B, die muss ein größeres, ein höheres Hoch haben, als die Kerze A, quasi auch wieder so eine ähnliche Aussage, also, die Bullen haben es zuerst versucht, mit einem Ausbruch nach oben, haben es dann aber nicht geschafft, und der Close-Preis der Kerze, ist unterhalb des Tiefs, der, eben der Kerze A. Das ist ein Engulfing, es gibt natürlich auch, es gibt noch, sagen wir mal, noch weitere, Bedingungen dazu, die aber im Intraday-Handel, nicht so, nicht pragmatisch sind, also, die, die pure Form des Engulfings wäre, dass der Eröffnungskurs der Kerze B, sogar höher ist, als der Höchstkurs der Kerze A, aber das ist natürlich im Intraday-Handel, ohne, wo es keine Kurs-Gaps gibt, außer natürlich jetzt hier, vielleicht im Tageswechsel, wo es hier eine Unterbrechung des Handels gibt, auch im CFD, im Index CFD, da ist dann quasi hier, da könnte das möglich sein, aber jetzt auch quasi im M5, im 1, H1-Handel ist das quasi ausgeschlossen, dass es solche, solche Gaps gibt, und genau, und das wird eben jetzt hier von dem EA entsprechend, ein Short-Deal eröffnet, der läuft dann auch noch ein bisschen weiter, diese, diese Deluxe-Version macht dann auch, kann dann hier auch nochmal einen, eine Pyramidierung draufsetzen, Pyramidierung oder Pyramidisierung, es gibt beide, beide Begriffe meinen aber das Gleiche, genau, gibt es hier eine Pyramidierungsmöglichkeit, und dann wird hier der Trailing-Stop auf dieses Niveau nachgezogen, als der Kurs hier ganz unten war, und wir haben hier entsprechend einen verbleibenden Gewinn, das ist jetzt natürlich idealtypische Darstellung, dieses, dieser Engulfing-Formation hier, A, B, und dann eben sollte sich der Kurs doch hoffentlich in dieser Richtung fortsetzen, passiert natürlich nicht immer, ist klar, aber mit einer gewissen guten, guten Wahrscheinlichkeit passiert das, insbesondere in Verknüpfung mit so einem, ja, mit anderen Trendfiltern, wie es ja der Rainbow ist, das ist ein Trendfilter, nichts anderes. So, das ist jetzt schon quasi, das habt ihr jetzt schon gesehen, quasi die zwei, zwei wichtigsten Neuerungen, dass es hier die Möglichkeit gibt, das Engulfing-Signal dazu zu schalten, zusätzlich zum Hammersignal, und auch eine Pyramidierung, bei jetzt in dem Fall Unterschreitung eines, wie es jetzt bei mir eingestellt ist, eines mehrtägigen, einer mehrtägigen Unterstützungslinie, da können wir nochmal erwarten, dass das Momentum nochmal stärker wird, dieses Abplatzmomentum, und das war jetzt hier auch der Fall, es war nicht arg weit, aber es hat gereicht, um den Deal, um in den Trailing-Stop zu bringen, also den Trailing-Stop in den Gewinn zu bringen, und dann den Deal auch entsprechend mit Gewinn zu schließen. So, jetzt, wie läuft der Basis-AI, indem wir nur Hammersignale umgesetzt haben, wie läuft der bisher denn bei mir im Echtgeldbetrieb? Das ist jetzt die große Frage, wir hatten ja, also diese Echtgeldeinstellung, hatte ich auf Basis dieses Backtests hier, den ich am 15. Januar gezeigt hatte, entsprechend etabliert, und jetzt, Drumroll, Trommelwirbel, wie lief der Trader's Trading bisher? Das war das Ergebnis, dieses Echtgeldhandels. Jetzt haben wir ein langer Gesicht da, oder? Große Enttäuschung. Ja, bin ich, also ich bin grundsätzlich auch über diese, wenn ich jetzt mir nur das hier anschauen würde, hier, was hat man, 14 Deals, oder 13 Deals sind, also von, das hier müsste eigentlich 0 sein, und hier, dann mit 1 beginnen, also es sind 13 Deals, davon hat man zwei Gewinne, drei Gewinne, hier war nochmal einer, und, aber viele, viele Verluste. Wir wussten, reingehend, in diesen Ansatz, dass wir eine relativ, also dass wir eine niedrige Trefferquote haben, hier von 42%, also niedriger als 50%, das ist, das liegt nicht jedem, aber wir haben einen deutlich größeren Durchschnittsgewinn, hier 220, was sind es, ich glaube es sind Euro oder Dollar, auf was gibt es dieses Konto, jetzt läuft dieses Demokonto, in dem ich diesen Backtest gemacht habe, ich glaube es sind, sagen wir mal einfach, es wären Euros, dann hätten wir hier 220 Euro im Durchschnittsgewinn, und minus 70% im Durchschnittsverlust, und dieses Verhältnis, das ist also mehr als 3 zu 1, das macht es natürlich, eine niedriger als 50% liegende Trefferquote, also sehr, sehr einfach wie der Wett, wie wir es ja eben entsprechend hier sehen. So, ich habe das dann mal getestet, ist dieses Echtgeld, ist dieses Echtgeldergebnis, liegt es vielleicht daran, dass der EA nicht das tut, was er im Backtest gemacht hat, wichtige Frage, und dann habe ich entsprechend unseren, diesen Zeitraum back getestet, und im Prinzip ist es deckungsgleich, also es gibt leichte Veränderungen, ich zeige Ihnen mal beides parallel, gibt leichte Abweichungen, aber die sind jetzt nicht wirklich signifikant, die liegen natürlich auch daran, dass es in meinem Echtgeldkonto, schwankt das Equity ja auch, weil andere Deals drauflaufen, und im idealtypischen Zustand, ist ja immer das gesamte Kapital für nur diesen EA verfügbar, und das ist ja im Echtgeldbetrieb quasi nicht der Fall, sondern wenn weitere Strategien drauflaufen. Aber ansonsten grundsätzlich von der Form her exakt das Gleiche. Und wie gesagt, das ist jetzt die Hammer-Variante, also nur Hammerkerzen-Deals, und dadurch, damit ist es natürlich sehr interessant, oder ich fange mal anders an, ist jetzt dieser Rückgang, der sieht jetzt hier natürlich sehr markant und sehr schlimm aus, das sind 5,3 Prozent, ja, 5,3 Prozent maximaler Rückgang, jetzt hier auf 10.000 Konto, 543 gerechnet, warum kommt er da auf 5,3 und nicht 5 auf 5,4, das weiß ich jetzt nicht, aber die Größenordnung passt, ist jetzt dieser Rückgang, ist der schlimm, ist der, ja, ist der sozusagen, zerstört er das ganze Konzept, das wir uns hier versprochen hatten, in diesem Backtest, zerstört er das? Und dadurch, und um das rauszufinden, habe ich einen Backtest gemacht, der quasi jetzt diesen Zeitraum mit diesem Zeitraum verbindet, also den ganzen Zeitraum von 1.1.18 bis heute quasi, bis 5.3., also heute sind keine Deals da, genau, aber bis gestern Mitternacht. Und wenn wir das jetzt mal im gesamten Bild anschauen, dann sehen wir hier, das hier ungefähr ist jetzt dieser Zeitraum, also rein dieses, ich mache es mal ein bisschen größer, also dieser Zeitraum hier, das gibt es nicht mit dem größeren, okay, das ist jetzt quasi, das sind jetzt die letzten zwei Monate, seit ungefähr, seit dem 15. Januar. Ach so, ne, warten wir mal. Okay, also im Großen und Ganzen ist das natürlich kein großes Ding, ja, genau, es ist jetzt schon, ach, das ist jetzt schon mit inklusive den Neuerungen, deswegen ist es ein bisschen anders, aber die, ob jetzt mit oder ohne Neuerungen gehandelt, ist, das ist jetzt ungefähr gleich, also die, diese letzte Phase in dieser Einstellung ist ungefähr gleich, ja, also im Großen und Ganzen, sagen wir mal, ist der Drawdown zwar spürbar, aber er ist nicht unbedingt, er ist nicht unbedingt größer, was, als das, was hier eigentlich, als das, was vorher auch schon möglich war, als Drawdown, ja, wenn wir es uns hier anschauen, das ist so eine ähnliche Größenordnung, ist vielleicht ein kleines Tickchen größer, also ich bin auf, quasi auf, Gewehr bei Fuß, und um zu, um zu festzustellen, ja, ist vielleicht die Marktphase, auf die das aufgebaut hat, ist die vorbei, ist das vielleicht, war das überoptimiert hier, oder wie auch immer, und das ist, also da bin ich quasi unter, großer Beobachtung, aber solange jetzt hier dieses, das ist ja auch ein Aufwärtstrend, so eine Equity-Kurve, ja, solange jetzt dieser Aufwärtstrend nicht, nicht gebrochen wird, ja, und das wäre, der wäre gebrochen, wenn jetzt die Equity-Kurve vielleicht, und unter dieses Level fällt, oder unter dieses Level spätestens, ja, dann, spätestens müssen wir den EA, so wie er jetzt eingestellt ist, ja, auf diesem Symbol, ja, einstellen, ne, und dann erstmal abwarten, wie es, wie sich weiterentwickelt, so, und, genau, und jetzt aber, die, jetzt sehen wir hier aber schon, wir hatten, äh, hier sehen wir jetzt quasi schon die Auswirkungen, der Neuerungen, auf den EA, wir hatten ja den ursprünglichen Backtest hier, mit 9500 Gewinn, und jetzt schon die Neuerungen, die es in dem EA gibt, die stehen schon auf 13.000 Gewinn, ähm, obwohl hier schon, ja, eben diese aktuelle Drawdown-Phase vorhanden ist, und, ähm, genau, also es müsste, also wenn wir jetzt nur bis zum ersten, bis zum 15.1. rechnen würden, wäre es wahrscheinlich, Lex, irgendwo bei 14.000, ähm, 14.500 oder sowas, also, äh, deutliche Verbesserungen, und in die zeige ich euch jetzt kurz, wie die im EA aussehen, folgendermaßen, ähm, ich hab, ich kann hier, also hier hab ich den auf dem Chart laufen, jetzt hier im Demokonto, ich kann hier auf die Experten-Eigenschaften gehen, da zeige ich dir mal eben, ähm, ja, wie die einstellbar sind, wir können jetzt erstens, die Hammerkerzen, äh, optional ein- oder ausschalten, ja, im Basis, äh, äh, sind die, sind diese Hammerkerzen-Signale, sind die einzigen Signale, die verfügbar sind, also kann man sie auch nicht ausschalten, jetzt im Deluxe-EA können wir quasi separat, Hammerkerzen-Signale, und die neuen Engulfing-Signale, äh, ja, separieren, das ist ganz wichtig, das rauszunehmen. Dann haben wir, es gibt noch ein paar andere Feinheiten, auf die will ich jetzt nicht eingehen, weil ich sehe schon, wie die Zeit brennt, äh, aber wichtig hier, es gibt ein Widerstands- und Unterstützungsmanagement, und das können wir anhand der Fraktale, dem Fraktalindikator, der im MT4 und MT5 eingebaut ist, äh, können wir den, äh, hier quasi Widerstände und Unterstützungen sehr, sehr leicht, ähm, ermitteln, und auch die Einstellung, äh, wählen, ob wir diese Fraktale aus dem Tagesschart nehmen, aus dem Vierstundenchart, oder aus dem Stundenchart, oder wie auch immer. Genau, und, ähm, ich habe es jetzt hier auf den Tagesschart angewendet, ganz interessant, wenn, das, ich habe jetzt hier rein auf H1 getestet, die, die, den Regenbogen, rein auf H1, im Stundenchart, ähm, wenn ich die Fraktales-Timeframe als mit einer Stunde einstelle, also im gleichen Timeframe, gibt es schon eine leichte Verbesserung, die ist aber nicht wirklich signifikant, wenn ich auf vier Stunden gehe, gibt es eine deutliche Verbesserung, und wenn ich im Tagesschart mir die Fraktale anschaue, dann scheint es da wirklich sehr signifikante, ähm, Änderungen zu geben, sehr signifikante Verbesserungen, dann, denn, natürlich sind Tageswiderstände, also Widerstände und Unterstützung in einem übergeordneten Chart, sind natürlich sehr, sehr viel signifikanter, als in einem Intraday-Chart, ähm, ähm, H1, oder natürlich, je kleiner die, äh, die, der Timeframe, desto weniger aussagekräftig ist natürlich, ähm, oder weniger stark ist eine Widerstands- und Unterstützungszone, und wir können dann auch wählen, also, genau, und wenn das eingeschaltet ist, diese Widerstands- und Unterstützungsmanagement, dann gehen wir in einen Trend, in einen Deal, nur dann rein, wenn wir noch uns vor dem Widerstand befinden, beziehungsweise vor der Unterstützungslinie, äh, ja, weil wir dann im Prinzip, ähm, ausschließen, dass wir zu spät in einen Trend einsteigen, genau, und dann kann man eben hier eine Pyramidierung dazu packen, also, wenn es dann dieser Widerstand, wenn ein Deal da ist, wenn der Deal im Gewinn ist, und wenn wir diesen Widerstand oder die Unterstützung beim Sell-Deal erreichen, dann, äh, legen wir noch mal eins drauf, jetzt hier mit dem einfachen Faktor, und eröffnen einen weiteren Deal in die gleiche Richtung. Das kann man natürlich ausschalten hier, indem man eine Null eingibt, dann wird nicht pyramidiert, und alles gut. Genau, äh, ich lasse jetzt hier mal auf eins, das ist jetzt meine Wahlausstellung, also meine Vorstellungseinstellung. Am Money Managing hat sich nichts geändert, man kann weiterhin eben, die Lot Size automatisch berechnen lassen, aus dem, aus dem aktuellen SL-Abstand und dem Risiko, das man eingehen will, jetzt hier zum Beispiel ein halbes Prozent pro Deal. Und dann, was jetzt dazu gekommen ist, bisher war, das sage ich vielleicht noch kurz, bisher war, wurde der Stop-Loss nach einem Deal, ich zeige das mal eben hier anhand dieses Engulfing-Signals, der Stop-Loss nach einem Deal-Einstieg, der initiale Stop-Loss wurde immer auf das Hoch, also bei einem Sell-Deal, das Hoch der Signalkerze gesetzt. Bei einem Hammer, bei einem inverse Hammer jetzt hier, auf dem Sell-Deal oder bei einem Engulfing, immer quasi auf den Hochpunkt, plus einer eingebaren PIP-Anzahl, oder Punkteanzahl. Und das war quasi Schare und das ist jetzt ein bisschen kulanter einstellbar, gibt ein paar mehr, ich zeige es mal, wieder in diesem, in dieser Ansicht. Wir können jetzt hier auswählen, wollen wir aus, also den SL aus Anzahl der Kerzen ermitteln, oder aus einem ATL, also Average True Range, aus einem Volatilitätswert, aus der jüngsten Vergangenheit, ja, um eben da den SL zu ermitteln. Wir können auch beide verknüpfen, das Größere von beiden wählen, oder das Kleinere von beiden zu wählen. Und wir können dann jetzt hier die Kerzenanzahl, aus deren wir das höchste Hoch, oder das tiefste Tief, verwenden als Stop-Loss, hier auch angeben. Und dann entsprechend, wenn wir den ATR verwenden, hier die ATR-Sachen, also Timeframe, aus welcher Kerze wir den auslesen, die Perioden, mit denen der berechnet wird, und mit welchem Multiplikator wir den ATR versehen, um den SL-Abstand nachher zu ermitteln. Das ist alles eingebbar. Weitere Veränderungen, also es gibt natürlich den starren SL-Versatz für Buy und Sell getrennt, auch wichtig getrennt, weil Buy sehr im Bit und Sells im Ask geschlossen werden. Deswegen auf der Sell-Seite ein größerer Stop-Loss-Zusatz-Abstand als bei der Buy-Order. Natürlich können wir den Distinctive Profit angeben, hier als Chance-Risiko-Verhältnis zum automatisch ermittelten SL-Abstand. Wir können Trailing-Stop-Punkte eingeben, ein Break-Even, das war alles schon da, und wir können jetzt eine Teilschließungsfunktion einbauen. Das ist, genau, eine Automatik können wir einbauen. Also das ist der, was ich will, wenn wir einen Lot offen haben, dass zum Beispiel 50 Prozent, 50 Prozent hier geschlossen werden. PC übrigens steht für Partial Close. Ich hätte gerne eine Teilschließung TS verwendet, aber TS steht eben schon für Trailing Stop. Deswegen PC für Partial Close. Genau, das ist dann bei, können wir einstellen, bei welchem Gewinn soll hier eine Teilschließung stattfinden. Hier zum Beispiel 100 Indexpunkten oder eben bei 10.000 MT4-Punkte und es bezieht sich immer auf die letzte Nachkommastelle. Also ein Punkt sind jetzt beim US30 Cash 0,01. Wenn ihr einen Broker verwendet, der sich mit einstellig oder nullstellig quotiert, dann müsst ihr hier entsprechend die Punktzahl reduzieren. Also um eine Null, wenn er einstellig quotieren würde. Genau, also es bezieht sich immer auf die letzte Nachkommastelle. Ein Punkt. So denkt eben Metatrader. Ja, das ist die Denkweise des Metatraders. Genau, und dann eben der Prozentsatz, der teilgeschlossen werden soll, der ist auch einstellbar. Ich schalte es hier jetzt aus. Ich verwende in der Regel keine Teilschließungen, aber das soll nicht heißen, dass die nicht gut sind. Das ist einfach meine persönliche Vorliebe von mir. Und ach so, genau. Es gibt eben auch, wenn wir hier 50 Prozent eingestellt haben, dann geht auch ein Button auf. Ich zeige das eben mal. Dann geht hier ein Button auf und wir können manuelle Teilschließungen vornehmen. Also immer bei Button-Klick, bei jedem Button-Klick würde dann bestehende Deals mit der eingestellten Magic-Number in diesem Symbol um diesen Prozentsatz teilgeschlossen. Es sind hier keine Deals offen, deswegen passiert es nicht. Aber ja, so kann man eben auch vielleicht seinen eigenen, also das Ganze aus dem Vollautomaten zum vielleicht Teilautomaten umwandeln, wenn man ein bisschen mehr Kontrolle haben will im manuellen Deal, im manuellen Handel. Ich bin grundsätzlich nicht ganz so, also ich fühle mich sicherer, wenn der EA ein Vollautomat ist, aber es gibt andere, die Genie sind im manuellen Handel und die sollen dann auch entsprechend bitte ihre manuellen Eingaben und Intuitionen entsprechend einfließen lassen können. So, so wie zu den Neuerungen. Also die kurz zusammengefasst, nochmal, es gehen jetzt auch Engulfing-Signale, wie wir es jetzt hier gesehen haben, zusätzlich zu den Hammersignalen. Es gibt eine Teilschließung, es gibt Teilschließung, genau, es gibt eine Pyramidierung und es gibt den Filter nach Unterstützung oder Widerstandslinie, dass wir da nicht auf einen schon ausgereizten Trend setzen. So, jetzt nehme ich mal einen Schluck Wasser und frage mal den Christian, gibt es denn aktuell Fragen, müssen wir es erst mal von vorher noch klären, woher kommen denn die ganzen Leute und vielleicht gibt es jetzt zwischenzeitlich auch Fragen, die wir hier schon klären können. Ja, trinke erst mal in aller Ruhe, liebe Christoph. Wir haben im Prinzip im absoluten Querschnitt erst mal natürlich aus Deutschland, das geht wirklich von Norden bis zum Süden, Osten wie nach Westen, also ob Düsseldorf oder Erfurt, Stuttgart, beziehungsweise wir haben, was ein bisschen dünn wird, ist der Norden. Also ich habe jetzt hier nicht Hamburg oder so ein Norddeutsch, Mecklenburg-Vorpommern, habe ich jetzt auch nichts gesehen. Manche haben halt Städte genannt, manche Städte kannte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber wir haben, sagen wir mal, einen sehr schönen Schnitt. Aber was eben auch spannend ist, also wie gesagt, oben im Norden, wenn da sich noch jemand angesprochen fühlt, bitte gern melden. Da wird es irgendwie ein bisschen dünn an der Stelle. Aber ansonsten haben wir da auch internationales Publikum und auch vor allen Dingen sozusagen auch viele natürlich um Deutschland herum sozusagen bevölkerte Länder. Und da haben wir natürlich allen voran Österreich und Schweiz, also stark vertreten, auch Wien wieder ganz stark zu nennen, auch Luxemburg haben wir sogar dreimal dabei. Aber Österreich und Schweiz sehr, sehr viele, muss ich sagen. Also wirklich ist auch etwas, wo ich auch sage, unsere Kundenklientel baut sich da auch relativ deutschsprachiger Raum natürlich aus. Aber es ist natürlich wirklich so, dass wir immer wieder auch wirklich viele Teilnehmer haben, die sozusagen eben nicht Deutschland, sondern eben Österreich, Schweiz destiniert sind. Und wir haben aber auch Belgien dabei zum Beispiel, jemanden aus der Schweiz, der sozusagen von Kanada aus zuschaut, also auch spannend an der Geschichte. Luxemburg, glaube ich, hatte ich schon genannt. Und ansonsten war es das eigentlich. Also wir sind schon im deutschsprachigen Bereich und alle die, wo von außerhalb sozusagen dazukommen, sind dann sozusagen Zugereiste, die aber dennoch hier die Zeit nutzen, um mehr oder weniger hier unseren deutschen Content zu verfolgen. Also spannend. Und Wien, muss ich sagen, gerade österreichbezogen, sind viele Wiener auch dabei. Und auch eine Frage, die vorhin kam, also wir sind niedrig dreistellig im Webinar. Das schwankt natürlich immer, aber wir sind über 100, aber nicht knapp 200. Das kommt immer, wie gesagt, auf die Uhrzeit und das Thema an. Ich kann mich erinnern, wir waren auch schon mal bei 250 Live-Teilnehmern. Wir hatten ja auch letztes Jahr beim großen Event, mein Event, Christoph, halte ich fest. Das ist auch ein Ziel für unsere zukünftigen Aktivitäten, dass wir mal die 1000 Marke knacken, also wirklich eine richtige Halle füllen. Aber da werden wir noch hinkommen, ziemlich sicher. Deswegen, Christoph, weiter am Ball bleiben. Und Fragen haben Sie natürlich aufgetan. Das ist relativ umfangreich. Ich habe jetzt sozusagen mal überlegt, welche Fragen wir rausnehmen können. um jetzt hier nicht den ganzen, sage ich mal, Specksatz der Fragen hier wiederholen oder wiederholte Fragen, sich sozusagen vom Inhalt her, die sich innen, da alle einzeln vorzulesen. Kleines Feedback noch mal kurz aus dem Norden. Im Norden sitzt kein Geld. Das war das Feedback. Aber jetzt kommt auch noch Husum an der Nordsee rein, Schleswig-Holstein. Also ein paar haben sich doch jetzt angesprochen gefühlt, die jetzt vorhin nicht mitgemacht haben. Und ich sage mal, aktive Teilnehmer, ich würde sagen, so 45 Meldungen habe ich bekommen und im groben Schnitt war es eben halt massenhaft Deutschland klarerweise wirklich gut verteilt, aber wenig bis gar nicht aus dem Norden, aber das haben wir jetzt geklärt. Faktisch aber hier an der Stelle auch spannend, dass es auch Teilnehmer gibt und auch jetzt noch dabei sind, eben wenige Kenntnisse mit dem Rainbow Trading. Da würde ich gleich reinschlagen wollen. Wie gesagt, ich habe das auch schon häufiger thematisiert und du sagtest das vorhin auch, Christoph, klarerweise, Rainbow Trading ist in der Tat was, damals kannte ich es noch gar nicht als Rainbow Trading, sondern habe es als multiple kleidende Durchschnitte genutzt. Ein sehr, sehr knochenbrecherisches Wort, wo du sagst, was ist denn das? Aber im Prinzip genau das Gleiche. Du nutzt eben ein Rainbow, ein Rainbow ist ja schon, ein Schwarm von kleidenden Durchschnitten, um sozusagen Momentum zu visualisieren. Und der Rainbow hat ja in der Tat eine angenehme Farbgebung. Manchen gefällt es auch wiederum nicht, aber die einzelnen Linien haben ja auch sozusagen für Trader-Segmentierung zu stehen. Kurzfrist, Mittelfrist, Langfrist. Und da gibt es, wie gesagt, vielerlei Interpretationen. Ich möchte jetzt die auch mal abholen, die an der Stelle jetzt da gar keine Kenntnisse über dem Rainbow Trading haben. Ich und ein Kollege aus unserem Team und natürlich mit dem Buch zum Beispiel von unserem Lars Gottwig arbeiten da definitiv dran, so einen Relaunch der Rainbow Trading-Serien vorzunehmen. Und da ging es primär um diskretionäres Trading, so dass du praktisch den Rainbow analysierst, Trendmomentum definierst. Das hast du vorhin ein paar Exelons erklärt, Christoph, da gibt es überhaupt keine Frage. Das hast du genauso gesagt, wie es ist, dass man eben hier schwache, Schrägstrich vielmehr entwickelte Trends von schwachen Trends unterscheiden kannst, eben mit einem ganz einfachen visuellen Feature eben der gleitenden Durchschnitte. Und du dann sozusagen auf starke Trends aufspringst und eben den Trendhandel, den Momentumhandel mitnimmst. Und das kann man eben diskretionär tun oder eben automatisiert gestützt. Und da wollen wir auf jeden Fall was Interessantes für euch aufsetzen. Also alle JFD-Kunden, die hier sind, wir planen auch da in unserem MyJFD-Bereich, das ist der geschlossene Kundenkreis, hier Templates, möglicherweise auch EAs, die von Christoph sogar entwickelt wurden, hier unseren Kunden bereitzustellen. Das ist auf jeden Fall in Planung und das können eben dann signalgebende Indikatoren sein. Das kann der Rainbow mit einem gewissen Anstrich sein. Das kann aber auch ein Expert Advisor sein. Da sind wir wie gesagt dran. Und ich habe ja selbst immer gern den Forex Bowl genutzt mit dem Trendmomentum, sodass du einfach eben statistische Vorteile mit Momentumvorteil kombinierst. Und das sind eben viele Möglichkeiten, wie man den Rainbow generell einsetzen kann. Letztlich interessante Feststellung von einem Teilnehmer, der sagte, es wurden auch mehr Trades verloren als gewonnen, hat er gesagt. Das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen, weil ja im Grunde genommen die Trefferquote bekanntermaßen bei Trendfolgesystemen ja unter 50 Prozent liegt. Das hast du ja auch vorhin dann definitiv so gesagt oder habe ich mich da jetzt versehen vorhin? Ne, genau. Das ist absolut der Fall. Die Trefferquote ist, lag jetzt bei dem langfristigen Test bei 42 Prozent, glaube ich. Das ist auch nicht so schlecht für ein Trendfolgesystem. Also es gibt erfolgreiche Trendfolgesysteme, die bei 30 oder 25 liegen. Und genau. Aber mit 40, 42 kann ich persönlich noch gut leben. Da kriege ich nicht, kriege ich das nicht allzu lange und nicht allzu schnell das Flackern sozusagen, das Flattern im Bauch, sondern da sage ich, okay, das ist einfach Teil des Trading-Plans. Und wenn ich da kurz, willst du noch kurz eine Frage zu Ende machen? Oder ich habe noch ein, zwei Sachen, die sich gerade in meiner Storyline gut anfügen würden. Bitte schieß direkt rein. Also passt. Gut, mache ich da, knüpfe ich da eben an. Wir hatten uns ja angeschaut, diese, dieses, die aktuelle Situation, klar, die hat natürlich eine sehr geringe Trefferquote. Im Großen und Ganzen hat sie, jetzt hier sind es, hier sind sogar 45. Das ist jetzt die, eine Einstellung, die ich euch, die ich gerechnet habe, die schon die neue Version hat und schon die neuen Verbesserungen haben, zum Beispiel, um die Fraktale zu verwenden auf dem D1-Chart. Übrigens, am Ende des Webinars sage ich euch auch noch, wie ihr jetzt diese, die Einstellungsdateien von dem EA, die ich jetzt euch gezeigt habe und die Templates, wie wir sie hier im Chart darstellen, könnt ihr euch kostenfrei runterlangen. Das sage ich euch am Ende des Webinars noch. Aber genau, jetzt kommen wir hier, jetzt ist die Frage, war ja, wir haben jetzt hier offensichtlich derzeit eine Phase, wo das eigentlich, oder das bisher angenommene, die bisher angenommene Einstellungskombinationen nicht gut funktionieren. Das ist, wie gesagt, nichts Ungewöhnliches. Das gibt es immer wieder. Aber die Frage, gibt es in so einer Phase vielleicht auch was, was gut funktioniert hätte? Und da habe ich eben auch was gerechnet für euch und auch gefunden, im gleichen Symbol, im gleichen Timeframe. und bin dann auf diesen Stand gekommen. Und das ist natürlich deutlich interessanter für gerade jetzt für diese Situation aktuell. Wir sehen es hier, ein großer, schöner, großer Gewinndeal. Der trägt diese Phase sozusagen. Ansonsten wäre man wahrscheinlich relativ flat gewesen. Aber gerade das System, das Rainbow Trading System mit enger Stop-Loss-Wahl, das lebt davon, dass man immer wieder richtig fette Gewinne mitnimmt. Wir sehen es ja am durchschnittlichen Gewinn-Trade im Vergleich zum durchschnittlichen Verlust-Trade. Der ist so viel höher als, genau, und wir haben es auch in diesem ursprünglichen Backtest gesehen. Hier gibt es eben immer wieder Phasen, wo es phasenweise immer wieder gute, fette Gewinne gibt, die großen Gewinner. Und dann gibt es eben längere Phasen, wo eben nichts passiert und die muss man durchstehen können. Aber es gibt ja auch als Portfolio-Ansatz die Möglichkeit zu sagen, ich kombiniere mehrere Möglichkeiten, die sich entsprechend ein bisschen zumindest in solchen Schwächephasen ausgleichen. Und dann wäre es durchaus eine Möglichkeit zu sagen, so eine Einstellung wie jetzt hier, das ist jetzt, ich zeige die euch mal, das ist, der Unterschied ist relativ, ist, sagen wir mal, fein, aber klein, klein, aber fein. Das hier ist die ursprüngliche hier. Wir haben 18 Moving Averages, die ab dem MA4 starten und bis zum MA72 gehen. und die neue Variante, die eben jetzt in jüngster Vergangenheit gut funktioniert hätte, die hat nur 12 MA's und der kleinste ist ein bisschen größer, aber das ist ein Achter. Und dafür geht es natürlich nicht bis 72, sondern nur bis 41, weil die jetzt in Dreierabständen sind. Also es ist ein bisschen engerer Regenbogen sozusagen und der hat, der kommt natürlich ein bisschen schneller in die Gänge, zeigt schneller einen Trend an. Das kann mal gut sein, kann mal schlecht sein. Deswegen hier ein Portfolio sich aufzubauen aus verschiedenen Einstellungen ist durchaus sinnvoll, weil man ja nie weiß, welche Einstellung funktioniert gerade in diesem Moment bei 42% Trefferquote, 45% Trefferquote. Was funktioniert denn gerade? Weiß man natürlich nie und deswegen einen Portfolio-Ansatz zu bilden, hier mit einem anderen Moving Average als Einsatz zum Beispiel, ist durchaus sinnvoll. Und da kommt natürlich die Frage auf, ja, jetzt hast du wahrscheinlich diese Phase hier jetzt gerade seit 15. Januar bis jetzt zum 5.3. hast du wahrscheinlich dir das rausgesucht, was jetzt am besten funktioniert hätte. Hat er überhaupt keine Signifikanz, weil es, wir wissen ja noch gar nicht, wie es in anderen Phasen funktioniert hätte. Ist ein richtiger, ist ein ganz richtiger Hinweis, ganz richtiges Argument und deswegen habe ich das mal gerechnet, diese Einstellung, die wir hier haben, also hier, man sieht ja hier die ganzen Einstellungen, das ist jetzt ein bisschen klein, aber glaubts wird, es ist die gleiche Einstellung, habe ich es mal auf den Gesamtzeitraum seit 1.1.2018 gerechnet und da sieht man, da hätte auch funktioniert, wäre auch ein ein gewinnbringendes Ding gewesen, allerdings und das sieht man hier zum Beispiel, die Stagnationsphasen sind viel länger. Es gibt natürlich dann auch hier die große Schubphase, ich glaube, das ist in der zweiten Hälfte von 2019 ging das los und ging dann so etwa bis die ersten Einwärme, bis so Corona, so März, April von 2020. Also diese Phase hat nichts oder hauptsächlich nichts mit Corona zu tun, das ist auch wichtig zu wissen. Also es geht hier nicht darum, nicht so um Sondersituationen wie jetzt so ein Riesensturz, den wir letztes Jahr gesehen haben, sondern es sind auch andere Phasen durchaus gewinnbringend. Aber man sieht, also der ist natürlich nicht ganz so gewinnbringend auf lange Frist, hat auch Korrelationen mit den anderen Einstellungen, also hier eine ähnliche, sehr gute Gewinnphase, aber hat er in anderen Phasen wie zum Beispiel jetzt die letzten zwei Monate ein besseres Ergebnis als die Haupteinstellung, die ich da gewählt hatte. Deswegen, ja, so ein Portfolioansatz zu wählen, ist sehr, sehr sinnvoll. Kurzer Hinweis noch, ich zeige jetzt hier alles auf US30 Cash H1. Das ist einer von sehr, sehr vielen, vielen, vielen Möglichkeiten. Ja, ihr könnt auf DAX handeln, ihr könnt auf US-Tech handeln, ihr könnt auf jegliches Währungspaar das ansetzen, natürlich auf Gold, auf Einzelaktien, was auch immer, ist das anwendbar, natürlich dann jeweils mit anderen Einstellungen. Ja, weil die einzelnen Assets verhalten sich ein bisschen anders, insbesondere jetzt, wenn es um Asset, also jetzt US30 und US-Tech oder sowas, die werden wahrscheinlich relativ ähnlich von der Verhaltensweise sein, aber auch da gibt es natürlich ganz andere Einflüsse, wir haben es jetzt gesehen, also die Nasdaq war mehrere, seit mehreren Wochen ein deutlicher Unterperformer vom Dow Jones, eben weil jetzt, was ich, gestiegene Zinsen oder was auch immer, Angst vor zu hohen Bewertungen kommt jetzt plötzlich auf und während im US30 natürlich Schwergewichte sind, die vielleicht, die eben nicht so hoch bewertet waren wie jetzt zum Beispiel den Asdaq. Also ein bisschen andere Einflussfaktoren gibt es natürlich auch unter den relativ gut korrelierenden Assets, aber genau, also es ist dann quasi an euch, es liegt an euch hier, die, eine für euch passende Einstellung zu finden auf einem Asset, das sehr gerne handelt. Genau, es ist jetzt, das hier, was ich euch jetzt vorstelle, soll absolut nur ein Anfangspunkt sein, nicht euer Endpunkt, weil es hat jetzt diese Einstellung, die ich jetzt euch gezeigt habe, die ich jetzt auch in meinem Echtgeld Verwende, im Echtgeld Trading verwende, die passt für mich, für meine Risikoeinstellung, für meine, für meine Chance, Risikoerwartungen, für meine Gewinnerwartungen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, Verdoppelung in drei Jahren, das ist doch komplett langweilig oder da wache ich nicht auf für, dann müsst ihr euch was anderes suchen, vielleicht mit einem höheren Hebel arbeiten, wissend, dass da natürlich auch höhere Risiken da sind oder das Ganze, ihr könnt euch das Ganze aus Risikosicht ansehen und sagen, jetzt diese Einstellung hier hat jetzt was, 13% Drawdown, das wäre mir zu viel, vielleicht seid ihr ein sehr vorsichtiger Investor, dann müsst ihr entsprechend euch eine Einstellung finden und euch eine Einstellung suchen, die einen geringeren Drawdown nur verursacht, als Maximalrisiko. Deswegen, das hier als wichtiger Hinweis, das ist ein Anfangspunkt für euch, kein Endpunkt, ich habe natürlich nichts dagegen, wenn ihr diese Einstellung kopiert, die kriegt ihr ja von mir auch, aber ganz wichtig, das ist was, was mir passt, aber nicht unbedingt euch und deswegen, nehmt euch die Zeit, bevor ihr irgendwas anfangen mit mit Trading, ER Trading, nehmt euch wirklich die Zeit, hier Dutzende, Hunderte von Backtests zu machen in verschiedenen Einstellungen, hier können wir die ER Einstellungen hier in der Spalte Wert einstellen, wie ihr sie ausprobieren wollt, vergesst jetzt mal für den Moment Anfangswert Schritt und Stopp ist quasi irrelevant, weil es auch, genau, kann ich auch einen Tag lang dazu reden, will ich jetzt nicht, aber genau, es geht hier einfach die Einstellungen, unterschiedliche Einstellungen ausprobieren, hier mit unterschiedlichen Symbolen und vielleicht auch unterschiedlichen Timeframes ausprobieren und sehen, was euch passt und dann werdet ihr was finden, was vielversprechend ist und was euch wahrscheinlich, ja auf die oder sagen wir hoffentlich garantieren kann, ich es natürlich auch nicht auf die Gewinnspur bringt. So, damit bin ich jetzt erstmal durch mit meinem Redeschwall, haben wir wieder, kommen wir wieder zurück zu den Fragen, Christian, wir haben auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu viel Zeit, oder? Vielleicht noch ein paar Minuten Fragen und Antworten. Wir müssen es ja nicht überreißen, Fragen und Antworten, wie gesagt, sind wir jetzt mittendrin, ganz genau, also Tatsache nochmal, wie gesagt, aus der Rainbow-Erfahrung heraus ist natürlich ganz, ganz klar, dass man da den generell anwenden kann, sollte, muss, je nachdem, wie es einem passt. Das Gute an den Märkten, die wir haben, auch wenn ich immer vom DAX 30 bei den Währungspaaren spreche, ist ja die Tatsache, dass du, Schrägstrich hier, Mann, vielmehr die Auswahl hat, auch sich trendstarke Währungspaare oder Märkte auszusuchen. Also wir können uns ja wirklich Bewegungen und da können man auch Multi-Timeframe ansetzen, das heißt, wenn der übergeordnete Tageschart oder der Wochenchart in einem starken Momentum steht, was auch der Rainbow visualisiert, dann macht es auch Sinn, da sozusagen intraday-technisch theoretisch mit diesem EA zu arbeiten, weil natürlich der Trend den Trend befeuert und das eine gute Sache ist. Wo Rainbow versagt, sind eben lange Seitwärtsphasen und da wirst du auch viele Ausstopper kriegen und das hat auch die Ursache dessen dann zum Grund, warum gerade Trendsysteme häufig längere Drawdown-Phasen haben und generell natürlich eben auch hier ein schlechteres Chance-Risiko-Verhältnis. Also Systeme und mit meinem Rainbow-Trading lag ich manchmal im Bereich von unter 40-prozentiger Trefferquote und das heißt, ich habe hier schon mit CRVs dann teilweise arbeiten müssen, die in Richtung von 4 gehen und das ist natürlich etwas, also eine Trefferquote beziehungsweise ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4, also Gewinn ist das Vierfache vom Einfachen Verlust, da kommst du auch mit einer Trefferquote von 35 Prozent auf einen profitablen Weg. Das sind natürlich Dinge, die muss man sich vergegenwärtigen, dass man mit einem Rainbow-Ansatz, einem Trend-Folge-Ansatz hier immer wieder auch Ausstopper kassiert, um dann eben bei den größeren Bewegungen teilzunehmen und es gibt eben auch längere Seitwärtsphasen und das Schlimmste ist eben, wenn auch keine Volatilität existiert. Das ist natürlich etwas, das kann man nicht voraussehen, aber wenn die Märkte einschlafen, eben kein Momentum auftaucht und dann kann der Rainbow sich auch in der Entfaltung finden, du brauchst halt ein gewisses Vierfaches von deinem Risiko, um eben mit einer Trefferquote von unter 50 Prozent erfolgreich zu sein und ich sage mal, Profis handeln mit einem CRV von 2 zu 1 oder auch aggressiver, aber gerade, wenn man einsteigt und rennt Volker, sollte man immer ein Vielfaches seines Risikos verdienen können, weil man eben auch zwangsläufig nicht immer treffen wird. Also das ist schon mal eine Sache, das ist ganz wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt und wie gesagt, Christoph, wir sind eh im engen Austausch, sodass wir uns da sicherlich für unsere Kunden noch was einfallen lassen, auch für den einen oder anderen hier auch in den Fragen zu lesen, war es etwas zu schnell, teilweise nicht im Thema drin, da würde ich euch aber auch direkt bitten und ansprechen wollen, dass ihr hier gern support at jfdbank.de anschreibt beziehungsweise in Christoph speziell bei Fragen und wenn ihr bei uns da noch ein bisschen mehr Basic wissen wollt, da kann ich euch sagen, das ist etwas, was wir für dieses Jahr wieder aufgelegt haben, nicht nur in der Idee, sondern schon in der Umsetzungsphase, sodass wir hier auch direkt viele Einsteiger abholen mit grundsätzlichen Themen. Ich habe nämlich auch die Frage zum Beispiel drin, welcher ATR-Faktor ist für deinen Stop-Loss denn optimal oder für den generellen Stop-Loss? Du hast das jetzt praktisch immer auf die Kerze, auf die Vorkerze gelegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, ich habe jetzt hier in meinen Einstellungen, die ich laufen habe, die, ich kann es euch zeigen hier, das ist, kommt es jetzt genau, das ist die neue, quasi die dazugeschaltene, hier steht zwar anderthalb, aber der ist quasi nicht aktiv, weil die SL-Methode Anzahl Kerzen ausgewählt ist. Und als Anzahl Kerzen nämlich eine, ich habe das auch mal ein bisschen getestet, ob ich vielleicht ein bisschen größeren Abstand haben sollte durch mit zwei oder drei oder vier Kerzen zurückblickend, das hat keine Verbesserung gebracht im Ergebnis, bringt natürlich eine bessere Trefferquote, weil ich einen größeren SL-Abstand habe, aber wenn ich einen größeren SL-Abstand habe, ist es natürlich auch schwieriger, ein CAV von drei oder vier oder zehn zu erreichen. Und deswegen ist es hier wie immer eine Abwägung, wollt ihr, also der Lars Gottweg in dem Rainbow Trading Buch, der schreibt ganz klar, also ihm ist es sehr lieb, also wenig, wenig Gewinndeals zu haben, die aber, wenn sie, wenn sie funktionieren, dann richtig fett sind. Und warum ist es so? Weil wir, wenn wir hier zum Beispiel eine Marktphase haben, wenn wir einen engen Stop-Loss haben, einen sehr engen, vielleicht weil die Kerze relativ klein ist und der SL damit relativ nahe dran ist, dann können wir bei stetem Risiko, bei 0,5% Risiko pro Deal im Prozent vom Equity, haben wir natürlich bei engem SL eine große Lot-Size und riskieren aber trotzdem nicht mehr jetzt auf ein, was ich, jetzt für ein halbes Prozent auf ein 2.000-Euro-Konto sind 10 Euro. Also wir riskieren 10 Euro, handeln aber vielleicht mit einem ganzen US-30-Lort und oder vielleicht auch mal mit, wenn es mal ganz eng wird, vielleicht mit zwei Lorts oder sowas, 1,5, kann schon passieren. Jetzt sprichst du auch eine wichtige Thematik an, das ist ja Risiko-Money-Management, das ist eine eigene Disziplin für sich, wo man sagt, neben dem, dass man das natürlich hier feststellen kann und festlegt, muss man natürlich da auch sich bewusst sein, wie die Trader-Parameter laufen. Also das heißt, jetzt sind wir ja natürlich neben den Einstellungen schon genau in den Grundprinzipien, wie du so ein Trade managst und lasst oder generell beim Rainbow-Trading ist natürlich ein aggressiver Stopp gut, weil du darfst auch fünf, sechs Mal ausgestoppt werden mit dem Wissen, wenn so eine Hammerkerze in einem Momentum-Rainbow mal richtig sich entfaltet, dann macht ihr auch ein 10-faches R. Also hat ein CDRV von 10 teilweise, wenn man den Trade auch durchlaufen lässt und da fängt dann eben die Disziplin des Tradings an, wo man dann eben auch sagen kann, das sind ja Hilfsmittel, das sind Hilfsinstrumente, Template, Expert Advisor, automatische Trade-Abspulung und das ist auch eine Frage, die jetzt hier gerade ist, handelst du rein vollautomatisch, hast du ja vorhin ja gesagt, aber es gibt auch im Prinzip so eine Halbautomatismus, den habe ich nämlich angewandt, sodass mir immer Signale angezeigt wurden und die habe ich dann sozusagen nochmal diskretionär getriggert, in der Tat. Das lag aber auch in den aktiveren Trader-Zeiten, wo ich dann mit meinen vier Bildschirmen eben entsprechende Underlines oder Märkte erst mal selektiert habe, die habe ich engmaschig geobachtet und dann kam im Prinzip der Klingelalarm nach dem Motto, jetzt hier spannendes Signal auf M15 und dann habe ich mir das angeschaut und habe da noch diskretionär eingegriffen, aber so wie du das vorhin dargestellt hast, wie du es handelst, ist ja vollautomatisch, das war nämlich auch eine Frage. Genau, also ich handelte es als Vollautomat, ich bin zwar quasi auch Trader, aber Trading ist nicht mein Hauptberuf. Mein Hauptberuf ist ER-Programmierung. Ja, meine Kunden wollen ein ER-Programmiert haben nach ihrem, was auch immer sie haben wollen, nach ihrem Regelwerk und das ist mein Hauptjob. Ja, also da bleibt auch nicht viel Zeit wirklich, um ständig auf die Charts zu gucken, sondern deswegen automatisiere ich, verlasse ich mich voll auf die Vollautomatisierung. Natürlich auch mit dem Hintergrund, was du gerade Christian angesprochen hattest, es kostet Disziplin, einen Tradingplan durchzuführen und ich habe, ich erkenne mich selber immer wieder daran, dass ich diese Disziplin im manuellen Handel oder im halbautomatischen Handel tendenziell nicht habe. Und wenn ich aber quasi meinen Handelsplan delegiere, dann kann ich wirklich quasi, muss ich, weiß ich, zwei, dreimal am Tag schaue ich drauf und damit hat sich's. Punkt. Und dann wird mein Handelsplan auch wirklich durchgeführt und das hat sich bisher zumindest ausgezahlt. Gutes Statement. Wie gesagt, das ist auch in der Tat etwas, wenn man denn den ER zu nutzen weiß, beziehungsweise eben auch der Tatsache, dass der Metatrader vier und fünf, da bin ich gleich bei der nächsten Frage dann, dass der ja auch als Handelsunterstützung dient und man eben eigentlich den ganzen Logikablauf automatisieren kann, ist das ein Riesengewinn. Weil, wie gesagt, das ist schwerlich möglich, dann 15 Timeframes oder 15 einzelnen Chartsegmenten da immer den Fokus zu halten, um nicht zu sagen, es ist schlichtweg unmöglich. Da macht man sich nicht nur kaputt, sondern man wird da auch wohl kaum erfolgreich sein. Deswegen handeln ja viele Scalper und Intraday Trader meistens nur ein, zwei Märkte, um dann wirklich in den ganz kleinen Timeframes nur diese zu handeln. Aber wir können uns eben auch gerade auf den höheren Timeframes und das fängt ja eben schon ab Stundenchart an oder auch am 15 durchaus die Märkte aussuchen, die interessant sind und dann sollte man sich auf die fokussieren. Das ist tatsächlich eine wichtige Weisheit. Die Frage wäre, ist es auch gleich wegen der Metatrader-Geschichte für den Fünfer auch verfügbar oder ist es nur für den Vierer? Aktuell ist es nur für den Vierer verfügbar. Eine Fünfer-Version ist geplant, aber noch nicht, also noch ohne, noch quasi noch ohne Liefertermin. Aber angedacht ist es auf jeden Fall. Und eine Frage, die mehrfach kam, die hätte ich jetzt eigentlich wahrscheinlich schon relativ früh stellen sollen. Und zwar, was sind die Fraktale? Das war wirklich eine Frage, die kam mehrfach. Okay. Also ganz kurz die Fraktale. Also das ist grundsätzlich erstmal ein, das ist ein Indikator, den man im Metatrader findet und der zeichnet hier solche, solche schönen kleinen Dreieckchen oben drüber und unten drunter. Man findet den in der Indikatorenliste unter, glaube ich, Bill Williams. Ja, genau, hier Bill Williams und dann sind hier die Fraktals. So, und was ist das? Das ist, sind quasi lokale Hoch- und Tiefpunkte. und die, wie werden die ermittelt? Und zwar immer dann, wenn ein, wenn ein, 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 ein Extrempunkt, wie jetzt hier zum Beispiel der, der Tiefspunkt, ist, wenn der von, also links zwei, zwei Kerzen hat, die nicht so tief waren, wie er selber und rechts davon zwei Kerzen hat, die nicht so tief sind, wie er, dann ist es ein Fraktal. Und Fraktal heißt einfach nur, also, wenn ich, ich habe auch lange, lange gerätselt, warum das, warum das Fraktal heißt, aber ich denke, es kommt daher, dass es quasi als, ähm, Trendbruch, also als Trendbruchpunkt, also quasi übersetzt wird. Und ein Fractal ist quasi ein Fragment oder, also ein Bruch, also, wenn man es wörtlich übersetzt, ist es ein Bruch und damit quasi, es ist ein Trendbruch, sozusagen. Also es ging hier runter und dann ging es eben nicht mehr weiter runter, sondern dann ging es nach oben. Und deswegen ist es ein, also daher das Wort Fraktal. Aber es ist im Prinzip nichts anderes als ein, ein lokales Tief oder ein lokales Hoch. Habe ich in der Tat auch in meinem Verwandte, ich habe immer lokale Hoch- und Tiefpunkte aus verschiedenen Stundenperioden genommen. Das ist eben auch eine Funktion beim Rainbow, die man sehr schön einsetzen kann, dass es ja auch eben eigentlich, wie bei dir jetzt dargestellt, H1 schon mal eine Trendfilterung auch auf höheren Zeitebenen ist. Aber man kann das natürlich auch, wie vorhin schon kurz angesprochen, so Filter nach dem, was ist ein Monat oder das ist viel zu weit gesprochen, sage ich mal, von einem Wochen-Chart auf Tages-Chart und dann in den Stunden-Charts. Und wenn du eben überall Synergien hast, dann ist es einfach eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass in den untergeordneten Timeframes sich die Trendfortsetzung auch stattfindet. Und da gibt es wirklich interessante Vorgehensweisen, um den Trend im Trend zu handeln, so will ich es jetzt mal nennen. Und man muss sich aber immer dieser Tatsache bewusst sein, dass es natürlich auch Trendumbrüche gibt, ein reifer Trend auch irgendwann mal umkehren kann. Und das ist etwas, was ich aber trotz alledem zu sagen pflege und jetzt auch keine Neuheit ist. Aber ein Trend, deren Bewegung ist, neigt statistisch mehr dazu, sich fortzusetzen, als genau dann umzukehren, wenn du in den Trend gehst. Deswegen sagt man ja auch Follow the Trend, weil es eben eine Diesel-Lock, ich mache es mal ein Beispiel, der tausend Tonnen schweren Diesel-Lock, wenn die mal in Fahrt ist, dann ist die in Fahrt. Und dann bleibt die in Fahrt und dann kann man höchstens eher sehen, und das zeigt der Rainbow auch sehr schön, wenn die kleinen Durchschnitte sich wieder zusammenfalten, also annähern, dass der Trend sich gegebenenfalls abschwächt oder einfach nur pausiert. Und das gilt es eben zu interpretieren. Aber da, wie gesagt, da bin ich auch schon relativ heiß drauf, auch mit meinem Kollegen, dass wir hier den Rainbow so ein Stück weit auch noch weiter unters Volk mischen, weil es ist ein interessantes Thema und dass du das letztes Jahr wieder aufgegriffen hast, ist nochmal Grund mehr, auch mit dieser EA, Expert Advisor Entwicklung, da nochmal anzuknüpfen und hier auch den Kunden wirklich einen Mehrwert zu liefern. Also am Ende ist es wirklich sehr, sehr spannend. Und einzelne Fragen, die wir jetzt noch hatten in Bezug auf zum Beispiel den Timeframe im M30 zu testen und hier und da, ich denke, das ist sehr singular, da solltet ihr euch, in dem Fall, der will, gerne auch mal direkt an Christoph wenden. Er hat ja auch gerade schon mal die Seite eingezeigt. Christoph, die würden wir dann gerne auch an die aufgezeichneten Kameraden, Damen und Damen und Herren hier an der Stelle natürlich weiter senden. Ihr könnt es aber jetzt gern, wenn du mir das mal rüberschickst auf dem anderen Kommunikationsweg, dann kann ich es gleich mal in den Chat reinstellen. Ansonsten werden wir das auch die Aufzeichnung zur Verfügung stellen, im Nachgang und dann könnt ihr euch da natürlich selbstverständlich ja hier eintragen und entsprechend das Ganze anfordern. Ich werde mit Christoph eh ins Gespräch kommen, dass wir das sozusagen auch kundenbasierend ein Stück weit bei JFD dann auch integrieren. Da hätte ich auf jeden Fall Freude dran, dass wir das alles so ein Stück weit auch verwenden können. Ist natürlich geistiges Eigentum und Christoph hat ja auch viele, viele Stunden hier reingesteckt. Also insofern super Mehrwert, auch wenn das für den einen oder anderen zu schnell ging, wenn er auch da überladen war an Informationen. Das ist ja wie gesagt hier auch eine Fortsetzung gewesen und der Rainbow Deluxe. Das heißt, hier hatten wir auch schon Einsteiger-Webinare nach dem Motto, wie programmiere ich denn überhaupt? Und da werden wir sicherlich auch noch Anknüpfungspunkte finden, um die Einsteiger abzuholen. Das kann man an der Stelle direkt mal nochmal unterstreichen und da wollen wir auch Redner abholen und ansonsten sind noch Fragen gekommen, welches Chancelie-Verhältnis zum Beispiel optimal ist. Ich glaube, da bin ich vorhin schon ein Stück weit drauf eingegangen. Schrägstrich auch du jetzt in den Einstellungen speziell. Die Frage, die nochmal kam, ist, kann man den Rainbow mit einem ADX sozusagen als Vorfilter versehen? Hast du dich da schon probiert, dass du sozusagen den ADX als Trend-Momentumswächter hier sozusagen mit adaptierst, um da nochmal den Rainbow zu filtern sozusagen? Also das kann ich mir vorstellen, dass das, also das ist machbar grundsätzlich. Ja, machbar ist es. Ich habe mich selber damit noch nichts beschäftigt. Jetzt sind ADX natürlich schon, aber in anderen Zusammenhängen. Jetzt mit dem Rainbow noch nicht, aber das ist durchaus einbaubar, sagen wir es mal so. Das ist ein Thema, das nimmst du dir sicher mit. Jetzt kommt noch eine Frage von unserem Stefan Friedrich-Kowski. Der hat dieser Tage auch wieder ein Webinar bei uns. Das ist ja unser Data-Analyst und Quant-Physiker. Der hat übrigens auch ganz interessante Analogien zu Schwarm-Techniken. Also sehr, sehr interessant. Er hat jetzt weniger mit dem Rainbow zu tun, aber da geht es auch um sozusagen Massendaten, die dann man da auswertet, die er sogar nicht mehr mal gefiltert kriegt im Meta-Trader. Da muss er sozusagen schon ausweichen auf andere Software, die die Daten sozusagen dann komprimiert rausbringen aus dem Meta-Trader, um dann auf einer anderen Basis zu filtern. Das ist dann, wie gesagt, schon so ein Stück weit die Quant-Forschung, die er da macht, auch mit Machine Learning hochinteressant. Aber ja, unser Stefan Wirt da wieder Webinar halten. Diesen Monat macht er auch was über Renko-Charts. Aber hier in dem Webinar mit dem lieben Christoph geht es ja eben um EA, EA-Programmierung. Und Rabattcode, lieber Alexander, weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst. Grundsätzlich haben wir ja hier die Geschichte, dass der liebe Christoph das umsonst zur Verfügung stellt. Sozusagen als Teilnehmer könnt ihr euch das hier abfragen. Und wie gesagt, den Link seht ihr oben, mein Full FX Rainbow Deluxe Webinar Schrägstrich. Ich habe mir jetzt noch nicht im Chat, du hättest es mir noch mal rüberschicken können. Christoph, hättest du hier noch mal reinschieben können in die Gruppe beziehungsweise in die Chatrunde. Aber auf der anderen Seite, jeder Teilnehmer sieht das ja hier oben sehr, sehr offensichtlich. Insofern kann jeder das auch mal kurzerhand in seine URL eingeben. Und ansonsten in der Aufzeichnung, für alle, die es später sehen, werden wir das natürlich noch mit als Button einbauen, sodass da der eine oder andere sich auch gerne an Christoph wenden kann. Gerade auch, wenn es um die Programmierung von algorithmischen Systemen geht, wenn eben auch hier ein gewisser Handelscode, eine Handelslogik vorliegt. Und du machst ja auch viele Workshopserien an der Stelle. Vielleicht kriegen wir da auch was bei uns zusammen noch mal hin, Christoph. Da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Kommt. Kommt, ne? Kommt, würde ich auch sagen. Kommt. Da haben wir uns ja auch schon mal vorsichtig herangetastet. Da werden wir auf jeden Fall angreifen sozusagen. Und jetzt würde ich sagen, liebe Leute, jetzt haben wir tatsächlich den Christoph schon wirklich reichlich Zeit abgenommen, kurz vor dem Wochenende. Ich würde auf jeden Fall freuen, mich freuen, wenn hier der ein oder andere Mehrwert mitnehmen konnte. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns da Feedback. Wir werden in Zukunft auch Umfragen nach Webinaren rausschicken. Das machen wir eigentlich bislang nur bei Serien. Bei einzelnen Webinaren wäre es vielleicht auch angedacht. Aber wir müssen auch immer aufpassen, weil ich es gerade von Markus sehe. Man muss aufpassen, dass es nicht immer im Spam landet. Ja, wenn JFD euch jetzt drei E-Mails am Tag schickt, schwuppdiwupp sind wir da im Spam-Ordner und dann kriegt es ja gar keine mehr, es sei denn, ihr filtert uns dann raus. Das muss man natürlich alles mit sehr, sehr großer Vorsicht genießen. Aber ich sehe, der Markus hat wie gesagt, es versucht einzugeben und er wartet mal, ob er dann Feedback gibt. Er hat gesagt, weder im Spam noch ein Posteingang ist eine E-Mail. Wird wahrscheinlich noch einen Augenblick dauern, oder? Christoph, vielleicht liegt es auch an Übersee. Ich weiß nicht, wo dein Server steht. Das weiß ich jetzt auch nicht, wo hier dieser E-Mail-System-Server steht. Aber was es hier gibt, also was ihr hier auf dieser Website kriegen könnt, ist auf jeden Fall diese Set-Dateien, also die Einstellungsdateien, wie ich den AI jetzt gezeigt habe, als Einstellung und die Chart-Templates, die schicke ich dann nachher raus, wenn ihr euch hier eintragt. Und also hier einfach E-Mail eintragen, ein kostenlos bestellen, klicken, wenn ihr Updates wollt, zukünftig über den Rainbow Trading AI dann einfach hier das Häkchen vorher setzen und dann kostlos bestellen. Den AI selber, den könnt ihr kaufen. Den gibt es jetzt auf der Webseite. Das ist, habe ich hier schon, habe ich hier glaube ich noch gar nicht verlinkt auf dieser Seite. Da mache ich hier noch nachher einen Link rein, dass ihr den AI selber auch beziehen könnt. Ansonsten, wenn ihr hier auf fertige EAs geht, dann findet ihr den auch auf meiner Webseite www.mindfulfx.de Genau, also da, einfach mal starten und euch hier diese kostenlosen Downloads holen und dann könnt ihr mal probieren, wie es euch, ja, wie es euch passt, wie es euch gut reinläuft. Ganz genau. Ansonsten hoffe ich natürlich auch von meiner Seite aus, dass es, dass es euch gut gefallen hat, dass ihr gute Infos bekommen habt, egal ob ihr, ob ihr jetzt den EA einsetzt oder nicht, aber einfach, dass ihr, ja, euer Tradingwissen weiter, weiterbilden konnte. Das ist mir immer wichtig und wünsche euch einfach jetzt eine tolle Zeit und gute Tradingerfolge. Absolut. Kann man gar nicht besser beenden an der Stelle. Will ich auch nicht viel Schmalz noch nachsenden von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit Christoph setzen wir was fort und wie gesagt, wir werden euch da auch im Kundenbereich bei JFD abholen mit verschiedenen Tools und Templates und vielleicht haben wir da ja auch ein Copyright-System von Christoph da, wo er einfach sagt, hey, weil ihr bei JFD seid, weil wir schon lange zusammenarbeiten, habe ich hier einfach ein Template, ein schönes Feature, mit dem wir arbeiten können. Sollten Fragen bestehen, Christoph, hier die Webpage von seiner Company ist abrufbar. Unser Support 24.5 eh immer im Einsatz für euch. Insofern bleibt es auch nur noch mehr zu sagen. Grüße nach Norden, Süden, Westen, Osten, überall in die Welt gestreut. Vielen Dank für die reichhaltige Teilnahme auch wieder heute hier. Aufzeichnung gibt es, wie gesagt, nächste Woche dann und insofern hat der Christoph den Bildschirm schon aufgeschaltet und das ist richtig so. Wir sagen tschau dabei. Christoph, Grüße nach Übersee, lass es dir gut gehen, schönes Wochenende und wir lesen und schreiben voneinander als bald. Machen wir so. Alles Gute, tschüssi. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020